Lass uns ein Video noch gucken, oder? Komm, ich hab gesehen, kein Konzept hat was Neues hochgeladen. Lass uns das schon mal reinziehen, bis Rezo da ist. Wir schauen uns erstmal an, wie Ello Trix sich an Trimax ranmacht, während der Hype-Trammer wieder nach Nirvana fährt, Alter. Let's go, auf geht's. Mich kann man nicht erschrecken. Mich kann man nicht erschrecken. Das ist nicht erschrecken. Das ist gerade nicht passiert. P, gar kein Problem, Bro. Gar kein Problem, Bro. Ich kann sogar Porr, Porr eingeben. Boom. Gar kein Problem. Ich kann sogar... Sexstellung, Schmetterling, sexistische Frauenwitze. Da versucht jemand zu tryharden auf Montana Black Basis. Kevin, unangenehm. Ich kann das erklären. Mir wurde es krank. What the fuck? What the fuck? Wie passiert denn sowas? Das ist schwerer. Ein Kilo Beton oder ein Kilogramm Gold. Elena, bitte. Ja. Elena. Beton. Ganz genau richtig. Junge, geh. Ich hab gesagt, geh. Er mag nur Max. Ja, weil Max halt Views hat. Micky. Wieso bekomme ich nichts zurück? Carsten, lass es doch. Micky hat gut abgenommen. Micky hat gut abgenommen. Micky kann Trimax doch besiegen. Immer gemacht. Richtig und richtig. Jetzt hab ich einen Ohrbaum im Chat. Ich mag das Lied total gerne. Ich dritte, ich geb auch mal einen Daumen hoch aus. Ne, mach das Bahn hinweg. Aber geht bitte nicht auf Mutter. Ach, Kevin, Junge. Ich will echt ungerne nochmal in meinem Leben so tief was im Brachen haben. Ah, weil du immer Monte lutschen musst. I get it. Zehn. Zehn. Ne. Bringt hier auch nichts mehr. Oh, der 10.000 Abonnenten jetzt hier. Ey, Glückwunsch, Digga. Ich wünsch... Ey, kein Konzept. Alles Gute zu den 17.000 Abonnenten, Bro. Timon, danke schön. Ganz ehrlich, ich kenn keinen Menschen der Welt, der wirklich so gut verdient und sich so unglaublich schlecht kleidet wie Orange im Orange. Der Typ, der sich einen Off-White-Teppich an die Wand hängt. Also so blöd, so blöd, muss man erst mal sein. Digga, diese Hose sieht aus... Das ist ein Mittelding zwischen einer Fetischhose und... Ey, ich kann's nicht beschreiben, Alter. Sag zu deinem Kind dann einfach, ich hab deine Mutter gef***te Hund. Aber es ist schon klar. Junge, als würde man zu seinem Kind so sagen, Digga, ich hab deine Mutter gef***t. Bro. Junge. Braucht mein Kind so beleidigen einfach. Digga, ganz ehrlich... Ich würd's tun. Oh, oh, die ist sauer. Da gibt's gleich mal wieder ein Mittler-Resub-Abend. Glazy Louie, guck mal, du hast so viel Geld. Gib dir doch einfach mal 1.000 Sub-Gifts. Was soll das? Das sind die Pokémon-Karten von Chefchen. Einfach gescannt worden. Schau, Chef Strobel. Das Paket ist leer. Danke, Chef Strobel. Danke dafür. Das Paket ist leer. Was? Entweder hat Chef vergessen, die Karten... Chef Strobel schickt leere Pakete rum, der ist so dumm. ...anzulegen. Oder der Postbote hat's geklaut. Digga, mein Paket kam gerade an. Ich hab's im Stream aufgemacht. Und da war einfach nur diese Folie drin. Und die Karte ist nicht da. Niemals war das Post hier. So schnell kann der das gar nicht machen. Es war ja noch perfekt zugeklebt. Das warst du nicht, ne? Es war ja noch zu, das Paket. Wie soll ich das gemacht haben? Hä? Wie kann das sein, Digga? Oh mein Gott, der hat's wirklich geklaut. Hals, Maul. Hals, Maul. Wie krass. Mir ist irgendwas geplatzt im Kopf. Dig, Dig, Mist weg. Dankeschön. Es ist neu zugeklebt. Guck mal, was die gemacht haben. Guck mal, was die gemacht haben, die Schweine. Geht bitte nicht auf Mutter. Du kommst, du hast echt nur, du hast keine Chance mit einem halbwegs existierenden Stammhirn in solche Twitch-Highlight-Clips einzukommen, ne? Ey, ey. Hab ich auch schon mal gesagt. Hab ich genauso gesagt. Man kommt da nicht rein. Äh, Israel. Griechenland. I will remember you. So, Bock. Dusch zusammen, geht schneller. Alright, Romasa, komm mit. Komm mit. Machen wir ihn jetzt suchen. Das wär süks gewesen. Ha, boah. Von da kommt das. Ey, was? Was für eine Historie. 2015. Boah, sieben Jahre alt. Hahaha, sieben Jahre alt. Tasty Kayeleda. Dankeschön. Und zap. Denn Ju ist dreist. Hm. Ich fühl die Lines. Während ich in Cox reinbeiß. Ähm. Ich esse... Bah, was frisst der da? Scheiße? Gerade by the way. Ähm. Deutsche Trybix. Ich nehme eine Hand ab, Alter. War bei euch gestern auch. XNXX Down. Ja. Harder Seiten. Digga, ich check nicht, wer... Also, ganz ehrlich. Warum wichst man auf so weirdo Seiten wie XXNX, Alter? Das nutzt doch keiner. Das nutzt doch wirklich niemand. Wenn man wichst, dann kauft man sich einen Premium-Zugang. Oder geht auf Pornhub. Oder wichst einfach auf seine ganzen Verluste, die man an der Börse gemacht hat. Äh. Kasha's Boring Life. Dankeschön. Nicht Nilo in der Streamer-Compilation? Das ist... Das ist falsch. I wonder how... Ah, okay. Das ist wirklich... Bro, das hat die überhaupt nichts zu suchen. Ich hab die inzwischen schon sauber gemacht. Gerlich, Mann. Goodbye. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Steck es so viel ab. Ich... Digga, mich triggert dieses scheiß Outro so sehr. Das macht mich so sauer. Die Videos, sieht man das? Die Videos, sieht man das? Woher weißt du, dass die Seite billig ist? Ich hab, äh... Geresearched, sag ich mal. Ich hab auch meine Kontakte. Ich hab ja nicht gesagt, dass ich nicht wichse. Jeder wichst. Alle wichsen. In Deutschland wird viel gewichst und ich bin auch ein Wichser. Aber ich wichs mit Qualität. Klar. Untertitelung.